Wir sind Keramischer Offenbau GmbH mit Sitz in Hildesheim. Wir sind hier etwa 45 Mitarbeiter. Wir bauen Industrieöfen für Kunden, die Keramik herstellen. Wir haben in den letzten zehn Jahren kontinuierlich über 80 Prozent Exportanteil gehabt. In den letzten zwei Jahren sogar über 90 Prozent. Wir exportieren weltweit. Das ist Mexiko, Polen, Thailand. Wir sind überall auf der Weltkugel sozusagen vertreten. Wir überzeugen vor allem mit sehr energieeffizienten Brennöfen. Deswegen haben wir uns auch da die Marktführerschaft in dem Bereich erarbeitet. Wir hatten das sogenannte EnerVIT-System vor circa zehn Jahren etabliert am Markt. Und das hat uns ermöglicht, teilweise bei Ofenumbauten zwischen 30 bis zu 50 Prozent an Energieersparnis und demzufolge auch CO2-Esparnis zu generieren. Das grandiose Team hier macht mich extrem stolz. Was hier bewegt wird, ist unglaublich. Und das macht mich super zufrieden. Vielen Dank.